Der französische Regionalpolitiker und ehemalige Minister Patrick de Vigien ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Patrick de Vigien war am Mittwoch zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen, nachdem er positiv getestet worden war. Auf Twitter schrieb der konservative Politiker, er sei von der Pandemie betroffen und lobte die außergewöhnliche Arbeit der Ärzte und Pflegekräfte. Der Rechtsanwalt war von 1983 bis 2002 Bürgermeister von Antony. Seit 2007 war er Präsident des Départementrats au Tessin. Während der Präsidentschaft Nicolas Sarkozy hatte de Vigien verschiedene Regierungsposten inne.